ich habe euch ja in meinem ersten video unser huhn vorgestellt das läuft auch gerade hinter mir rum ich habe mich vor ein paar tagen gewundert warum es so die flügel aufstellt und aggressiv wirkt und habe einfach mal nachgeschaut seitdem wir hier drin wohnen hat das nun keine eier gelegt jetzt war es soweit wir haben fünf eier jetzt bei einem huhn okay wir werden uns natürlich noch mehr hühner holen aber erst mal geplant ist und eigentlich zu schlachten also nun zu verwenden jetzt darf es aber doch noch ein bisschen leben und ich wollte euch einfach mal mitnehmen um zu schauen ob das hund noch ein ei gelegt hat heute weil sie heute nach hause gekommen hat es wieder die flügel aufgestellt war ein gutes zeichen dafür also lasst uns mal reingehen da ist es hier sind auch unsere kanarienvögel mal kann man schnell jetzt wollen wir gucken ob da ein ei drin ist da haben wir eins nummer sechs ich würde sagen das nehmen wir mal mit legen das mit zu den anderen fünf und am sonntag haben wir ein schönes rührei zum frühstück es darf so weitergehen bis zum nächsten mal